ich habe direkt mal nach dem start pause gedrückt denn wir müssen uns jetzt was einfallen lassen chemner hat ja das gelbe trikot ich zeige euch kurz die gesamtwertung so der wird das heute ja was hat er für eine tagesform plus 1 da wird es wahrscheinlich verlieren wenn sie richtig hart wird der anfang dürfte für ihn noch kein problem sein da wird noch nicht so gas gegeben aber hier am ende ich glaube dass er nicht mit kommt das bedeutet wir konzentrieren uns natürlich auf hinterher flasov das wird schwer genug mit den beiden die punkte wertung ist natürlich wichtig für bennett wir könnten mit bennett in die gruppe gehen der hat ja auf der letzten etappe da war ich ja richtig sauer hat er ja richtig verkackt wir könnten hier mitgehen und wir könnten natürlich für die bergwertung mit higuita in die gruppe gehen also higuita und bennett könnte man in die gruppe schicken weil für higuita geht es hier natürlich richtig um dickpunkte das könnten wir machen die müssten beide eigentlich auch vorne stehen ja geht so einigermaßen da vorne sind sie zusammen mit chemner also drei trikos haben wir guckt euch das mal an das ist schon stark mit am liebsten auch chemner in die gruppe schicken aber es wird natürlich nicht funktionieren ja lass uns bennett und higuita in die gruppe schicken und beim rest kümmern wir uns jetzt um die manndeckung was haben wir für tagesformen hintley minus 1 flas auf minus 1 das ist schon mal richtig beschissen und von poppel kümmert sich dann um chemner so das sind die drei die wir beschützen die sollen jetzt nicht ganz so weit vorne fahren die können ruhig ein bisschen weiter nach hinten gehen damit die wirklich aus dem wind raus sind so higuita ist schon vorne der muss jetzt nur noch auf bennett warten das auch schon da und bennett wird natürlich jetzt in der ebene wenn er attackiert wahrscheinlich direkt ein problem darstellen für higuita das werden wir wahrscheinlich gleich zu sehen bekommen er zieht den natürlich direkt ab kann ich eigentlich jetzt hier hinten dran fahren funktioniert das mittlerweile dass man dort schön dran bleibt und was spart ja das geht doch gut sagt da kann bennett noch ein bisschen was rausholen so jetzt würde ich sagen fahren wir gemeinsam ein relativ hohes tempo damit wir gleich klarstellen dem hauptfeld das ist die gruppe die fahren jetzt erstmal hinterher ich hoffe natürlich dass eine gruppe nachkommt ich möchte ja nicht dass wir nur zu zweit vorne sind es gibt es weitere attacken gucken wir mal wie das hauptfeld reagiert ich hoffe wie gesagt dass die noch ein paar leute weglassen aber wenn es geht keine guten bergfahrer das ist schon das ist schon eine nummer wenn ich mir die leute anschaue bennett wie gesagt fährt eigentlich hauptsächlich bis hier er wird natürlich noch bis hier durchziehen wahrscheinlich wird er das tempo erhöhen damit wir auch wirklich wegkommen die lassen uns nicht so ganz weg naja tomat zeigt an wir müssen schön kreiseln sehe ich auch so denn das hauptfeld lässt uns noch nicht ziehen das wird ein harter kampf um die gruppe markeler kommt noch mit wenn es verausgabt sich komplett vorne wir müssen jetzt mal ein bisschen zurückschrauben aber die gruppe steht noch nicht die müssen schon mitarbeiten die kollegen sonst werden wir gleich wieder zurückgeholt ja und das ist jetzt der fall da wurde nicht mitgearbeitet und jetzt greifen sie an das haben wir ganz gerne kommt natürlich auch die bergwertung gleich die sind aber relativ wurscht das gibt nur einen punkt versuchen jetzt noch mal wegzufahren mit den beiden aber irgendein problem hat trentin mit uns also ui ich weiß nicht welches ehrlich gesagt denn hier wieder hat in der gesamtwertung schon rückstand und wegen bennett werden sie doch auch nicht so einen aufstand machen oder wir versuchen sie jetzt noch mal mit einer kurzen attacke ist das jetzt die gruppe das feld ist immer noch da das ist aber hart vollgas jetzt das ist jetzt aber eine große gruppe soll das jetzt die gruppe sein wo ist das hauptfeld dahinten alles klar okay da arbeite ich jetzt mal nix die guita geht jetzt mal nach vorne und beschützt bennett beziehungsweise nach hinten ich glaube nicht dass das die gruppe ist das kann ich mir nicht vorstellen dass das feld das ding jetzt hier ziehen lässt oder wie sieht das aus das ist ja krass 28 mann also das will ich mir jetzt gern mal anschauen wer da dabei ist da muss man erst mal überblick bekommen wir haben lecknesund dabei para patra die beiden waren beim chiro ja schon unterwegs auch wir haben uran dabei der hat auch schon zwölf minuten rückstand wir haben evenepoel dabei ja also joke leute evenepoel ist dabei wir haben vinge gerade dabei und pro gotcha ok alles klar also wir haben die besten der besten vorne jetzt bin ich gespannt wer im feld arbeitet wer arbeitet jetzt im feld es ist schumbo okay das macht keinen sinn warum sollte schumbo die lücke zu fahren wenn sie wegen gott vorne haben wo gott halt auch vorne ist ein vorteil haben sie nicht unbedingt aber jetzt die lücke zuzufahren verstehe ich auch nicht aber die fahren mit allen mann jetzt die lücke zu tatsächlich ja weil roglitz halt noch hinten ist die wollen halt die doppelspitze nicht auf gegen geben pro gotcha das kann ich verstehen so jetzt ist das ding gleich wieder eingeholt wir fahren jetzt hier in der gruppe gleich mal nach vorne nur für den fall dass wir danach direkt attackieren können also was für ein auftakt in diese etappe das wird eine brutale etappe ich habe es euch gesagt und es fängt auch brutal an das feld wird auf jeden fall die gruppe gleich eingeholt haben und dann versuchen wir es mit bänden und mit higuita einfach noch mal aber noch sind sie nicht ganz dran noch sind sie nicht ganz dran das kostet kräfte aber es kostet ja die gegner auch kräfte und daher können wir das einigermaßen verschmerzen wer und keller stiefeln da noch ordentlich sein dies natürlich wieder dabei jetzt auf das feld aber gleich dran sein oder kommt die zwei meter wirst du jetzt auch noch schließen können von bohle wahnsinns auftakt also wer heute schlechten tag hat und das sind leider unsere klassenfahrer die werden da glaube ich bluten vor der berg am ende ist ja komplett schwarz der gibt nicht auf hier vorne der berner auch ein guter ausreißer übrigens ausreißen wird 78 den sieht man immer wieder in den gruppen jetzt nicht ganz so erfolgreich bislang über gruppen gewesen aber den sieht man immer wieder und die kriegen das loch nicht zu das gibt es doch nicht so jetzt aber dennis das sollte jetzt schließen können ja gut unser problem ist halt wirklich dass hier dabei ist voll kaputt geht das ist wirklich schade jetzt ist das feld eingeholt jetzt müssten wir eigentlich attackieren aber wir haben halt echt das problem dass wir ziemlich kaputt sind mit higuita ich glaube nicht dass das funktioniert wenn wir mit dem jetzt nach vorne fahren jetzt bildet sich auf jeden fall die gruppe wir haben jetzt ein bisschen den zugabgang verpasst wir versuchen es trotzdem mit beiden jetzt noch mal hinterher zu springen wie reagiert trentin diesmal hier haben wir ihn jetzt reagiert er gar nicht ganz vorne jakobsen ok also wir könnten es schaffen mit beiden in die gruppe zu kommen wenn die vorne vielleicht ein bisschen auf uns warten würden das sind teilweise die gleichen die vorher schon vorne war also higuita geht gleich kaputt das ist natürlich super bitter aber wir werden auch den sprint hier nicht gewinnen können weil die gruppe vorne nicht auf uns wartet damit holen wir uns platz acht immerhin natürlich mehr punkte als die konkurrenz dahinten sehen wir philipsen der auch punkte holt und juren higuita kommt nicht mit nach vorne was das gibt es doch nicht das gibt es doch nicht das ist die neue ermüdung in diesem cycling manager die ich so gelobt habe jetzt zu unserem nachteil aber natürlich denn wir werden hier gnadenlos wieder eingeholt weil wir zu viele kräfte verpulvert haben zu etappenbeginn finde ich richtig gut finde ich richtig gut dass das jetzt hier so rein haut wir platzieren uns jetzt vorne von poppel kann was zu trinken holen dann spielen wir vor also ich finde es richtig gut dass hier diese ermüdung jetzt so zu tragen kommt man kann eben nicht zehn mal attackieren und dann hat man immer noch energie weil sich die wieder auf leid sondern higuita hat richtig gelitten wir sehen auch diesen grünen balken hier der ist nur bis kurz nach der getränkeflasche voll vergleichen wir das mit flasov der geht hier bis zum schutzschild und bei hindle ebenso also das sehen wir schon dass die ermüdung definitiv einen einfluss hat vier minuten rückstand auf die gruppe das ist jetzt dann so dass es nur noch um platz 8 geht das heißt es geht um zwei punkte und derjenige der die bergwertung gewinnt wird wahrscheinlich das bergstrick übernehmen denn wir haben ja elf punkte und es gibt hier für den ersten 20 und wenn da kein anderer der schon punkte hat zweiter wird und das denke ich mal dürfte der fall sein dann wird derjenige jetzt das trikot übernehmen die frage ist lohnt sich jetzt mit higuita nach vorne zu fahren nein lohnt sich nicht da haben wir keine chance schaut euch das mal an wer sich hier bewirbt um das bergtrikot hurra zum beispiel das wird natürlich dann sehr schwierig für uns dagegen zu halten so poppel ist abgehängt worden und bennett die beiden dürfen sich jetzt auch schonen und noch mal was zu trinken das heißt nicht beschützt wird aktuell kemna da kümmert sich die grüße darum für die grüße der tag damit sozusagen beendet der wird hier keine bergpunkte mehr holen der wird das trikot verlieren aber das war zu erwarten ich sag's noch zurückgefallen es kann doch nicht wahr sein aber er kommt wieder nach vorne denke ich oder auch nicht da ist eine richtig große gruppe zurückgefallen unter anderem mit roglitz ja die guita kommt nicht mehr nach vorne kann sich jetzt auch schonen heißt wir müssen getränke jetzt mit wem anders holen das macht jetzt konrad ne das macht jungels 60 man nur noch vorne wie kann das denn sein dass die abgehängt wurden unglaublich schau dir das an also damit wären wir roglitz schon los schon los das wäre natürlich ein dickes ding sind sie für ihn vorher die lücke zugefahren und jetzt wird er wieder abgehängt hinten muss denn es jetzt wieder fahren ist das bitter ist das bitter so jungels jetzt aber nach vorne kommen nicht dass das gleiche noch mal passiert wie gerade mit guita kann schon sein dass die gruppe noch mal ran kommt aber die guita soll sich jetzt trotzdem schonen weil er auf den nächsten etappen wieder versuchen soll das berg trikot zurück zu erobern also ist die schonung jetzt unabhängig davon ob er noch mal dran gekommen wäre oder nicht und der heute keine mehr geholt so weiter geht es kommt die nächste bergwertung da wird nicht viel passieren die gruppe ist übrigens nicht mehr angekommen 57 mann bloß vorne und roglitz muss jetzt selber fahren ist das krass das wird sein ende sein es vor zwei von movies raus gut fliegt auch raus der röcklitz kommt da nicht mehr zurück loglitz kommt da keinesfalls mehr zurück schaut euch das an der wird heute richtig dick zeit verlieren und wir werden das natürlich ausnutzen wir werden ihnen jetzt erst mal sicher an kämpfen lassen auch wein fliegt raus durchaus auch ein kandidat für die top ten wir werden jetzt roglitz sich schön verausgaben lassen und wir werden am Schlussanstieg und danach vor allem das Tempo erhöhen, um den wirklich loszuwerden, um den wirklich richtig loszuwerden, denn das ist natürlich unsere große Chance mit Hindley und Flasov, einen der großen Konkurrenten, wirklich endgültig hier schon loszuwerden. Die Gruppe ist noch vorne, aber die wird es nicht durchschaffen. Die wird es nicht durchschaffen. Alaphilippe arbeitet jetzt. Für Evenepol natürlich, den sehen wir hier. Konrad und Jungels sind relativ kaputt. Die werden den Berg jetzt dann nicht mehr überstehen, das ist klar. Die werden wir gleich verpflegen. Und der arme Roglic, der kämpft immer noch. Der kriegt jetzt nicht mal mehr Unterstützung von seinen Teamkollegen, weil die einfach kaputt sind. Guillermattin ist übrigens auch hinten, Dunbar ist auch hinten, Wutz ist hinten, Pinot ist hinten, also da werden wir einige namhafte Fahrer schon los heute. So, wir verpflegen uns jetzt auch mit den Captains schon, denn der Berg der hat es in sich, Leute. Vielleicht ein Ticken zu früh jetzt gewesen, aber der Berg hat es in sich und ich möchte auf keinen Fall riskieren, dass wir hier abgehängt werden. Das kann durchaus auch passieren. So, jetzt fliegen reihenweise die Leute raus. Bennett, Aramburu, wir haben jetzt Konrad, der rausfällt, wir haben auch Jungels, der rausfällt. Das heißt, die können sich jetzt auch schonen, die brauchen sich überhaupt nicht mehr wehren. Ganz, ganz ruhig, die Etappe bitte zu Ende fahren. Und vorne geht es jetzt um die Captains. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir nicht so viel Energie verlieren. Chemner kümmert sich um Hindley. Ich glaube weiterhin, oder ist Hindley der Bessere? Ich bin mir nicht sicher. Ne, Chemner, du kümmerst dich um Flasov, weil Flasov scheinbar schwächer ist heute. Flasov hat Berg 80, Hindley hat Berg 80, Flasov ist aber der bessere Zeitfahrer. Und da sollten wir trotzdem immer noch ein bisschen Auge drauf haben. Drei Kilometer noch bis zum Gipfel und jetzt kommen die Attacken von Pogacar. Wir haben auch Van Ate das Tempo erhöht für Wengegaard natürlich. Wir haben Mast, der attackiert, Evenepul, der attackiert und Goddü, der attackiert. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier dranbleiben. Boah, das ist schon hart. Also ans Angreifen ist auch von unserer Seite her nicht zu denken. Chemner, der Mann in Gelb, wird jetzt gleich rausfallen. Boah, es sind noch zwei Kilometer. Guckt euch das mal an, was wir hier Energie verlieren. Mast ist wieder zurück. Hindley kümmert sich jetzt um Flasov. Ich hoffe, dass die beide drüber kommen. Das ist jetzt meine einzige Hoffnung, die ich habe. Chemner kämpft noch ein bisschen. Ich meine, das Gelbe, da geben wir uns jetzt nicht so auf. Uran abgehängt. Boah, schaut euch das mal an, wie sich das jetzt hier schon auseinander dividiert. Und Flasov und Hindley können auch nicht mitfahren. Also da will mir mal einer erzählen, dass das nicht schwerer geworden ist. Natürlich ist der Cyclingmanager schwerer geworden. Ich glaube, wir haben Tagesform minus eins. Boah, das ist ja krass. Das ist die erste Gruppe, zu der müssen wir kommen, aber wir schaffen es nicht. Wir schaffen es definitiv nicht. Auch Thomas und Pitcock schaffen es nicht. Carapaz schafft es nicht. Das ist natürlich ein top, top besetztes Feld. Aber, ja, da gehen schon alle Hoffnungen dahin, würde ich sagen, im Punkto Podium für Bora Hansgrohe. Pogacar, Wingegaard und Goddue vorne sind sich aber auch nicht so einig. Also die Gruppe könnte wieder rankommen, aber wir haben einen Abstand auf die Gruppe. Wir brettern da jetzt natürlich Vollgas rein. Die Abfahrt kommt uns natürlich gelegen. Da können wir uns noch mal ein bisschen erholen. Zu der Gruppe müssen wir vorkommen. Ja, wir brechen jetzt natürlich komplett ein. Da ist jetzt jeder einzeln unterwegs. Flasov, okay, Flasov, würde ich sagen, der wartet jetzt auf das Ineos-Duo. Kann er sich erholen und dann können sie vielleicht zu dritt nochmal Gas geben. Aber Hindley muss, muss weiter schauen, dass er Vollgas gibt. Das hilft nichts. Boah, ist das bitter. Chemner fährt mit der Gruppe jetzt mit. Da haben wir Caruso, also Bahrain, Victorious ist auch gebeutelt. Die haben hier Caruso, Haig, Bilbao und Landa. Alle Leute von Bahrain hinten und Gierenhardt ist auch hinten. Also da sind wir in guter Gesellschaft, würde ich mal sagen. So, da kommt jetzt dann gleich Ineos, dann mit denen fahren wir mit. Pitcock natürlich ein Weltklasse-Abfahrer. Der hat bei Abfahrt 84. Ich hoffe, dass wir da mit Flasov mitfahren können. Das soll jetzt mit ihm dann einfach mitfahren in der Ebene. So. Und Hindley vorne, ja, der hofft irgendwie, dass da vorne nochmal das Tempo rauskommt. Acht Fahrer sind vorne. Das heißt, Hindley ist aktuell auf Platz 9. Und wenn die vorne trödeln, kommen wir vielleicht sogar nochmal ran. Oh, Chemner ist jetzt auch bei Flasov. Sehr gut. Und das macht natürlich hier Bahrain, Victorious und Ineos müssen hier natürlich das Tempo machen. Wir fahren da jetzt mit Flasov und mit Chemner einfach mit. Ja, und Hindley bricht ein. Wen haben wir hier? Karapaz. Ja, Hindley bricht jetzt komplett ein. Der kommt nicht mehr nach vorne. Oh, ist das bitter. Ist das bitter. Damit ist eigentlich jetzt schon klar, dass wir, ja, dass wir Mühe haben werden, die Top 10 zu erreichen wahrscheinlich. Hindley soll sich jetzt wenigstens noch vor der Gruppe da hinten retten. Dass wir wenigstens auf die ein paar Sekunden gut gemacht haben. Bogacar gewinnt das Ding auf jeden Fall vor Goddue. Hindley kommt jetzt gleich rein. Verliert zwei Minuten und die Gruppe dahinter um Flasov verliert zweieinhalb Minuten. Wahnsinn. und Chemner verliert natürlich das Gelbe. Boah. Also der Seigling Manager ist schon schwerer geworden. Ich meine, wir hatten Tagesform minus eins. Das dürfen wir nicht vergessen. Das hat natürlich schon reingehauen da am Berg. Aber im Großen und Ganzen schon krass, dass wir mit dem Aufgebot am Ende so schlecht abschneiden. Muss man ganz klar sagen. Das haut schon richtig rein. Aber ich finde es gut, denn das ist ja die Schwierigkeit extrem. Und bislang muss man sagen, bei den Vorgängerversionen war die Schwierigkeit extrem eher zu leicht. Und jetzt ist sie gefühlt einen Ticken zu schwer. Aber was wäre passiert, wenn Hindley plus zwei Tagesform gehabt hätte? Dann wären wir vorne in der Gruppe auf jeden Fall mitgefahren. Und dann wäre das eine richtig geile Etappe gewesen. Also von daher, ich beschwere mich nicht. Ich finde es gut, dass es schwer ist. Und wenn wir mit Hindley am Ende Gesamtachter werden, dann ist das halt so. So, aktuell sind wir Gesamtneunter. Flasov Elfter, Chemner Zwölfter. Punktewertung führt Bennett an. Bergwertung hat sich Mollema geholt. Jungtalente interessiert uns nicht. Das geht eher an Pogacar oder an Evenepol. In der Teamwertung sind wir Zweiter. Also vielleicht schielen wir sogar auch noch ein bisschen auf die Teamwertung. Aber im Großen und Ganzen muss das Ziel jetzt sein, den Fahrern die Top-Tender Gesamtwertung zu kriegen. Punktewertung gewinnen und bei der Bergwertung weiß ich nicht, ob wir mit Higuita eine Chance haben. Dagegen die Konkurrenz muss ich euch ehrlich sagen. Das ist brutal schwer, weil die Regeneration einfach so wichtig geworden ist. So, das war nochmal eine geile Ausgabe, auch wenn es nicht so positiv für uns ausgegangen ist. Aber ich hoffe, ihr bleibt weiterhin mit dabei. Morgen geht es weiter in den Bergen. Wir schauen es uns an. Da gibt es die erste Bergankunft und da müssen wir einen guten Tag haben, sonst wird es schwierig für uns. Bis morgen aufs Levens Gym Sport. Und dann wird es Bis morgen ssä